Hallo meine lieben Freunde, ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint ins Gesicht, ich werde bestimmt braun bei diesem Video. Und ihr fragt euch jetzt, was ist denn heute der Grund, warum macht der Uwe denn dieses Video? Ich kann euch noch eins sagen, viele, ganz ganz viele Leute haben schon lange, sehr lange auf dieses Video gewartet. Es ist so. Wollt ihr wissen, um was es geht? Dann solltet ihr dranbleiben. Ja, meine Lieben, heute ist es soweit. Heute präsentiere ich euch mein fertiges Buch. Mein Buch ist fertig mit dem Titel Der Blick aus meinem Fenster, Auswandern in die Dominikanische Republik. Und dieses Buch kann jetzt direkt bestellt werden. Einmal über den Buchhandel, da gibt es die zuständige ISBN-Nummer. Oder direkt über den Verlag und die entsprechenden Links oder Informationen schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Jawohl, hier ist es. Ich habe noch mehr davon. Ja, also da ist einiges. Es ist da. Und wie ich schon sagte, es kann gekauft werden. Wie ihr seht, habe ich aber trotzdem einige Veränderungen vorgenommen. Das Buch ist jetzt größer, ist jetzt DIN A5. Und optisch macht es natürlich ein bisschen mehr her. Aber wichtig ist, der Text, die Buchstaben sind jetzt größer. Man kann es besser, man kann es besser lesen. Und ich habe das Coverdesign ein bisschen verändert. Ein bisschen freundlicher, ein bisschen mehr Karibik. Karibik. Ja, so sieht es also jetzt aus. Genau. Man kann es jetzt kaufen. Wie ich eben schon sagte, der Haupttitel heißt Der Blick aus meinem Fenster. Ist ganz wichtig. Untertitel Auswandern in die Dominikanische Republik. Und für diejenigen, die nicht wissen eigentlich, weil sie mich nicht kennen oder das Video zum ersten Mal sehen, um was es in diesem Buch überhaupt geht, lese ich nochmal ganz kurz die Kurzbeschreibung vor, die hinten auf dem Buch steht. Das Buch mit dem Titel Der Blick aus meinem Fenster beschreibt die Geschichte von Uwe Rath, der vor 30 Jahren zuerst nach Ägypten und dann in die Dominikanische Republik ausgewandert ist. Er beschreibt seine Eindrücke und sein Leben aus der Sicht eines Europäers, der sich in ein neues Land mit einer fremden Kultur und Lebensweise integrieren muss. So, darum geht es in Kurzform in diesem hübschen Buch. Und das ganze Buch ist so geschrieben, wie ich eigentlich erzähle. Wer mich kennt, der kennt meine Geschichten. Und genau so ist das Buch geschrieben. Ja, da mögen grammatikalische Fehler drin sein, da mögen Fehler bei den Satzzeichen drin sein oder ein falscher Umbruch. Wie auch immer. Aber das ist mein Buch. Mein Buch, so wie ich es geschrieben habe. Vielleicht in der Zukunft kann ich mir ein Lektorat leisten, was also im Grunde genommen diesen Text dann nochmal Korrektur und dann nochmal Korrektur liest und noch ein bisschen umgestaltet. Aber das sind Zukunftsvisionen und mag sein, dass das irgendwann mal machbar ist. Also nochmal, für diejenigen, die Interesse haben, dieses tolle Buch zu erwerben, empfehle ich direkt unten auf den Link zu gehen und beim Verlag zu bestellen. Nach jeder Bestellung wird das Buch individuell angefertigt. Das heißt, du bestellst heute dein Buch. Das wird extra für dich produziert und ein paar Tage später an dich dann direkt verschickt. Also nach Eingang der Bestellung wird dieses Buch gemacht für dich. Der Preis liegt bei 18,99 Euro. Fragt mich bitte nicht, warum diese 99 da hinten dran sind. Das ist der Preis, den der Verlag dafür verlangt. Und so sieht es im Grunde genommen aus. So, noch ein bisschen Werbung in einer anderen Sache. Ja, ist also ganz, ganz wichtig. Da werden sich auch ganz, ganz viele darüber freuen. Haben auch ganz viele Leute schon lange darauf gewartet. Es geht nämlich weiter, ihr Lieben. Es geht weiter, ja, es geht weiter mit dem nächsten Buch. Jawohl, das habe ich auch schon geschrieben. Da sind ungefähr sechs Kapitel, sind schon fertig. Und da wollte ich jetzt die nächsten Tage beginnen, das Ganze zu sprechen. Das wird natürlich wieder in der ersten Phase auch wieder ein Hörbuch werden, was ihr auf meinem YouTube-Kanal, natürlich in der Playlist oder auch als Video, ich mache hier immer noch ein paar Bildchen dazu, was ihr da natürlich sehen und hören könnt. Ja, also das Ganze geht weiter. Es hat auch den Titel, der Blick aus meinem Fenster als Haupttitel, aber der Untertitel heißt dann Amerika, Amerika. So, so sieht es aus. Wie? Ihr habt meinen Kanal noch überhaupt nicht abonniert? Ei, 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 ei. Das ist natürlich ein großer Fehler, aber man macht jetzt die berühmte Werbung. Da oben ist der Button. Den einfach drücken und meinen Kanal abonnieren und dann die berühmte Glocke auf YouTube abonnieren oder aktivieren und dann bekommt ihr immer die neuesten Informationen, wenn der Uwe irgendwas postet und ihr seid auf dem Laufenden, wenn also da irgendwas von mir irgendwo erscheint. So sieht das aus. Das kostet nichts. Also jeder sagt, nee, ich will das nicht abonnieren. Das kostet Geld. Nein, ein Abo auf meinem Kanal kostet nichts. Würde mich sehr freuen, selbstverständlich. Noch mehr Follower zu haben, das wäre ganz lieb. Und ihr seid informiert, was der Uwe im Grunde genommen alles so macht. So, also Freunde, Buch kaufen, würde mich sehr freuen. Buch lesen und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ja, also ich habe es jetzt auch schon wieder, ich habe es zwar geschrieben, ich habe es schon dreimal durchgelesen. Also mir gefällt es immer noch und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe. Tschüss.